Jo Leute und herzlich willkommen zurück zu Letzeck und wir spielen mit Paul und Vertex und Z-Code. Paul und Vertex, alles klar Digga. Tadda und Z-Code. Und ich spiele mit Solzis, weil der Client gut aufgekommen ist. Und Tadda stinkt. Nice, ja. Okay, ich würde das schon ziemlich okay nennen, Tadda. Jo, natürlich. Übrigens, das was ich mit dem Client mache, das kann auch Null und das kann auch Icarus, das kann jeder Client, den ich verkaufe. Not making Werbung at all. Okay. Also Tadda, du hast dir Icarus auch schon vorgestellt, oder? Ja, natürlich. Weißt du überhaupt, was Icarus ist? Patrick, ich meine ja nur. Ist das dieser neue Client von Andrew, oder? Yes. Was ist hier gelbe Hinder, bitte? Weg. Du willst eine Hacker, muss ich schon behaupten. Jo. D-Doste immer, äh, ich D-Doste immer alle. Okay. Dann sind die Folge D-Dost worden, Pfei. Alles klar Digga. Und dann D-Docse ich die auch noch. Oh, erstes Blut. Erster Blut, oh nein. Hat er nicht gesagt. Hauptsache, der Typ steht neben mir. Guckt mir so zu, wie ich gerade eben neben ihm wegfliege. Hallo, fickt das Bett doch. Ich brauche ihn. Okay. Oh, Bettfucker war aus. Kann man machen. Bettfucker funktioniert, wie gesagt, auch nicht durch Blöcker. Sonst ist es so gefickt. Ich bahne es schon mal vor. Dann mache ich es mal wieder aus. Okay. Tadda, wieder hart am hustlen, habe ich gehört. Jo. Leben am Linden. Dass das eigentlich nicht wie früher ist, dass direkt nach der ersten Sekunde schon alle drei Retten kaputt sind, von hat mich jetzt schon, ne? Irgendwie... Guckt mein Dings gerade an. Ey, das ist ein Horizon Faker. Nee. Bitte? Das ist ein Horizon Faker. Nee, wow, er ist Hurion. Mit einer Null. Horizon Faker. Must be a Horizon Code. Alles klar Digga. Also die Aura geht schon gut durch. Nein. Auf Gommel geht irgendwie inzwischen alles durch. Außer Clients von Smash Dance Bros. Die strugglen noch mal. Bestmögliche Gommelkiller Aura. Jo. Also... Der Einzige, der seine Gommelkiller Aura Edward heißt, hat dann einfach die schlechtmöglichste. Also ist stark. Oh, T-Mail ist stark. Ist stark. Oh. Nikas spielt. Ok, Nikas. alles klar digga fällt einfach nicht runter sind die letzten eine übrig ja ja der ist da drüben warum ist noch so ein spaß warte mal ich frage mich was passiert ich kann nicht höher fliegen und du hast ein herz pass auf er fängt dich io der hat auch einfach noch ein gutes schwert aber nö mein range fick den ich hab das spiel vor allem so viel gemacht möchten sie etwas dazu sagen tada 88 mit dem gommerskin und ja hashtag vote hitler 2016 alles klar 2016 wird wieder präsident in deutschland ich bin seine rechte hand wir sehen uns in der nächsten runde natürlich und wir sind in der nächsten runde auf kingdom runde wird zwei sekunden gehen hallo ein eisen ein eisen ein eisen meins meins jeder hat einen eisen perfekt ich hab noch keinen eisen ne ach so ja dann gib halt da ein so der kauf ein schwert für ihn und dann go go jetzt äh tada ja ja wo bist du da da geil ich hab nen eisen dankeschön captain cock captain cock mein freund captain cock sieht das nicht ein auch gleich ist schon in der mitte und dann gleich wie im gegner ja ich gehe da übrigens rechts bei in der mitte den berg hoch damit die mich nicht sehen hacker könnt ihr mir ja nachtun mensch du hacker ja uns geht sogar fast use wegen ma- oh scheiß das hat mich einer gesehen er guckt mir jetzt so ein bisschen zu der finde das glaube ich nicht so in ordnung dass ich hier gerade und der zweite hat mich gesehen ich fliege vor jemand los was machte er läpft es ha 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 top kick alter ey hallo ach übrigens das geht auch mit null und das geht auch mit ikarus das geht mit jedem anderen client als ja so bis auf clien von smash denn is broke ja gibt es den überhaupt noch ich habe von dem nichts mehr gehört ne doch der hat wieder an youtube angefangen aber unter irgendeiner also ich renne hier mal bisschen rum und wird paar leute Ja, kann man machen, ne? Lass sie erstmal das spawn camp und noch nicht spad... Oh, ich hab das spad schon mal in Fallout. Du bist ja... du bist ja ein Blitzmann. Ja, ich weiß. Kommt nicht irgendwie so ein sehr lautes Geräusch? Ja gut, er hat das wahrscheinlich ausgeschaltet. Ja. Haaa... Also tada, dafür, dass wir instant zu den Gegnern wollen, bist du ziemlich spät, da muss ich behaupten. Jaaa... Ja gut. Ja gut. Wir sehen uns in der nächsten Runde wieder. Und wir sind in der nächsten Runde und tada, wurde der Nudel Elite eingeladen, sein Lebensziel ist erreicht. Ich bin auf jeden Fall tada. Ja... Aber ist mir egal, warum auch immer ich euren Namen verwechsel, was ich eigentlich nicht tue. Aber ich schaff sie einfach trotzdem fällt. Ja, wir spielen mit Vertex und Paul. Ja, wir spielen mit Vertex und Paul. Also... I vouch for that. I vouch, mon. I vouch for so much, much. Futtern immer, bis das Wasser gibt. Auch wenn man kein Falsch annimmt, es gibt Wasser. Okay. I vouch for that as well, mate. Lustig sind einfach immer die Typen, die einfach nur auf den Boden schauen. Von ihren schönen Sandstein-Dings runterzuschlagen. Hallo. Allahu Akbar. Ich baue dann mal kurz das Bett ab. Okay. Wenn ich so darf. Und bedienen mich ein bisschen. Ja, ich baue mal das rote Bett ab. So, das Bett ist dann auch weg. Also, das war jetzt sehr schlecht. Nein, das wollte ich schon. Wie einfach alle Betten wechseln. Äh. Schade. Ich hatte kein Schwer dabei. Wie in guten alten Zeiten, ne? Ja. Wie in guten alten Zeiten. So muss das sein. Schon bevor die Leute in der Mitte sind, sind zwei Betten kaputt. Also sind halt nicht schon alle kaputt. Ja, gut. Alle Betten kaputt. Sorry. Alle Betten kaputt, bevor man... Ah, jo. Ich wurde einmal genau teatet. Was ist das? Ah, jo. Hex. Hex. In die Tal total, mein Freund. Lass mal Sperm anmachen. Oh, die wollen mich bannen. Nein. Oh nein. Nein. Bannt sie bitte nicht. Bitte nicht. Er hat doch gar nicht Zechtes getan. Er hat es nicht getan. Was? Nein. Nein. Oh ja. Ich hacke doch nicht. Nein. Er ist kein Hicker, Mensch. Nein, nein. Unsere Team hat es. Hack, was auf. Unsere Team hat es. Okay. Er ist kein Hicker. Also, der baut so einen Weg. Was mache ich? Er fliegt drüber und schlägt. Okay. Hacker. Okay. Wusstest du eigentlich, dass Hacking illegal ist? Ja. Du darfst das gar nicht. Ja. Du stößt gegen die Mojang-Argibes. Ja. Oh fuck. Dann würde ich mal sagen, werden wir direkt auf zu cheaten und machen ein faires Game, oder? Ja, wir spielen jetzt einfach Minecraft Singleplayer. Jo. Das macht ja so viel Spaß. Ja gut, dann liebe ich jetzt den Server und wir sehen uns gleich wieder im Singleplayer, ne? Jo. Alles klar. Ja. Ja, oder wir machen Varo. Was? Ey, ich könnte... Also, ich weiß nicht, ob das ein Blef war, aber ich könnte rein theoretisch von Abonnenten, so vom Fame, bei Varo mitmachen. Hat mir irgendwann mal irgendeiner gesagt. Dann erstmal mit Legend... Hallo. Dann erstmal mit GhostClient bei Varo mitmachen. Hallo. Vier Games. Alt F4 F5 Cox Games. Ja. Wir sind... gesammelt. Herr Hitler. Wieso hackt ihr? Keine Ahnung. Weil ich einen böseren Hacker bin und ich haxe in mehrere Leute. Ne, meine Kills. Nein, meins. Natürlich! Ach, okay, dann halt nicht. Nein! Nein! Boah. Na gut. Ich hab wenigstens einen gekriegt. Wir sehen uns gleich in der nächsten Runde wieder. Wir sehen uns gleich in der nächsten Runde... ... wir sehen uns jetzt in der nächsten Runde. Mir wird gar nicht dazwischen gesprochen. Oh, ich bin drin! Ich bin drin! Ich bin drin! Na, ich geh jetzt auch nicht direkt zu den Gegnern rüber oder so. Mach ich nicht. Okay, geil! Also, was macht man so, wenn man drin ist? Ja? Ich hab grad zu leicht verkackt. Keine Ahnung. Ah da. Fang mit rein. Ich hatte gerade so irgendwie leicht verkackt. Jetzt muss ich halt nur noch herausfinden, wo deren Dreck herstellen soll. Das ist nicht schön. Warum machen die mir so viel Schaden? Und wo ist deren scheiß Bett? Ich weiß es ernsthaft nicht. Da, da. Komm. Hilf mir. Oh, da drüben ist das Bett. Was ein dummer Hurensohn. Ich hatte es einfach geschafft, aber ich wusste nicht, wo dieses scheiß Bett ist. Bra. Scheiß Wichserhurensohn, Wichser, 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 Wichser. Cedric, keine Ausdrüge. Du. Nein, 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 Cedric, sei nicht gut. Was macht er? Ich hätte ihm irgendwie ein Schwert kaufen sollen. Ja. Das macht man doch nicht. Hätte man machen können, muss man aber halt nicht. Cedric, sag nicht, dass du der Typ gerade bist, der irgendwelche Typen von unserem Team fickt. Bichser? Ey, warte, ich bin in Team Blau. Boah, seid ihr cool. Ja, sind wir. Alles klar. Alles klar. Eh, eh. Mein Face, Face einfach nicht. Warte mal. Eh, eh. Face Mode. Skip. Okay, save. Funktioniert nicht. Gebannt. Hacking live. Passt auf. Uff, ich bin gerade nicht da reingefaced. Das ist keine Konform, oder? Also, ich weiß jetzt gar nicht, was die hier beweisen wollen. Okay, erstmal Speed ausmachen. Ja, also gut, dass du das auf Trigger-Bot und so eine Scheiße hast. Erstmal Aim-Assist dann machen, Mom. Aim-Assist, critical, äh, und nicht Trigger-Bot. Aim-Assist, Speed, yeah. Greift aber auf Team Ice, glaube ich, an. Ja. Oh, wow, es greift sogar Willager an. Das ist natürlich ein guter Team, aber leider. Alles klar, Digga. Es greift auch Freunde an. Nice. Der Trigger-Bot-Reach 4.2 erstmal. Ich frage mich, ob der hat mir noch immer zuguckt. Oh, scheiße. Nice. Was? Der hat einen Comment in den Chat geschrieben. Du bist da. Du bist da. Also, ich meine, also, ich hab bloß was geschrieben, oder? Alles klar. Was denn das ist eigentlich für dumme Hu... Er braucht sich noch höher. Alles klar. Also, den Kampf wirst du verlieren, mein Freund. Soll ich mit... Nö, ich mach jetzt einfach Trigger-Bot und Aim-Assist aus. Was soll das denn hier? So, Trigger-Bot und Aim-Assist an. Erstmal hier. Ja, erstmal rüberfliegen und in den Keller hauern. Nein. Warum... Er baut sich hoch. Er baut sich die ganze Zeit hoch. Mit mir zusammen. Und springt dann einfach runter. Ja, er versucht zu fliegen. Was auch sonst. Nice. Was? Bast. Bast. Komm mal runter. Achso, ein Al. Oh, guck. Ja, kein Trigger-Bot. Okay. Aber er spielt die ganze Zeit mit Fly und Killer-Aureia. Ist keine Atmung mehr drin. Das kann ich dir versichern. Okay, gut. Dann kann er irgendwie so sehr ausmachen. Oder er wartet bis zum Ende der Runde. Das kann natürlich auch sein. Das kann auch sein. Hä, wir spielen doch alle Legends. Die T-G-Nichtfliegen. Nein, das ist nicht... Nein, die T-G-Göse ist hier. Nein, okay. Alter, ohne Scheiß, ne? War eine gute Runde. Gut, dass du das noch gewonnen hast, ne? Ich wär gestorben an Fallschaden. Nice, Digga. Okay. Und wir sehen uns in der nächsten Runde. Vielleicht wieder, aber auch nur vielleicht. Und wir sehen uns in der nächsten Runde jetzt mit Moritz anstatt Talar, weil Talar essen ist und Moritz gay ist. Warte mal, Paul. Ach doch, du bist in dem Game. Ich dachte grad schon. Äh, nee. Wir schon wieder mit Chinesen. Alles klar. Hammer, Maul. Scheiß Lügner. Ich mach Fast Bridging. Geht mal bitte weg. Alles klar, Digga. Da kommt der Pro-Minecraft-PVPer. Alter. Ich zeig dir, wie Fast Bridging geht. Ja. How to Fast Bridging over to Team Yellow. Moritz gay ist Team, äh, Rot. Nur machst du ein bisschen Fast Bridging mit Scafford Walk. Ah, alles klar. Dieses Gesicht, was mich da schon wieder so anguckt, ne? Hey, tschüss. Hallo. Alles klar, das macht das Bett nicht kaputt. Nein! Ich wurde gefickt. Okay, das war jetzt schon ziemlich schlecht von der Skala von Schlechtes. Schlecht war das schlecht. Oh, er macht wirklich... Oh. Der gönnt sich. Fliegt einfach, du Kind. Okay. Ich bin kind. Ich hoffe, Super Mario zu singen. Nein! Ich hab die Spiele einfach gesuchtet. Jahrelang. Ja, alles auf den Deaths und auch alle Zelda-Spiele für den Deaths, aber alle ältere habe ich nicht. Ich habe aber halt einfach... Cock, ihr Ahnus. Hä? Warum wollte ich jetzt genau T-T-T-T-Kö? Pff, alles klar, Slimes Games, HD. Alles klar, ich rappe mit NM1, das wird einfach jeden und ich habe nicht meine Armour. Ja, es geht halt auch einfach. Ja, es wird bei mir halt auch gehen, nur ich wurde irgendwie einfach gerackt. Das war traurig. Ich mag es nicht, gerackt zu werden. Okay, die Killer, wenn es so ist, ist es auf jeden Fall nicht so gut wie in Icarus oder in Arschwig. Aber sie reicht auf jeden Fall auch aus, ich glaube mal. Warum ist Team Blau das Bett eigentlich noch nicht kaputt? Was soll das? Hä? Was seid ihr denn für schlechte Heckkäre? Ab der ersten Minute müssen alle drei Betten kaputt sein. Ja, ich habe ja schon Team Rot kaputt gemacht, hallo. Ja, ich habe schon Team, äh, Grün. Team Gelb habe ich gefickt, guck, komplett. Ich habe Grün gefickt, aber nicht die Spieler. Ja, scheiß Noob. Nicht mal ist die Spieler gefickt, okay Moritz. Mom, ich mache kurz das Bett kaputt. Fix sie dann mal da weiter ein bisschen, ne? Boah. Hier war gerade eben einfach so ein Late-Mod-Hacker oder so. Sie sah einfach so richtig scheiße aus. Okay, okay. Da ist noch jemand auf dem Dach, den habt ihr vergessen. Ich gucke mich nicht, ich gehe zu Team Grün, da sind Merkel zwei. Weil ich bin ein Stats-Hunter, ich spiele nur für Stats. Ja. Nummer eins, Bad Wars. Alles klar, die bauen sich ja ein paar Einziger. Wir haben nichts mit Hackern zu tun. Ich und anderen. Warte mal, Instant Mine anmachen, lol. Ist ein bisschen schnell, würde ich behaupten. Jetzt darf ich halt nur nicht sterben und ich bin gestorben. Das sind zwei X-Low-Lives. Fick die doch jetzt mal, hallo. Ja, wo sind die? Ja, weil Team Grün in der Bar sitzt. Hallo, Paul, hallo, Paul, hallo, Paul, hallo, Paul, hallo, Paul. Hallo, bin Fan, hallo, bin Fan, hallo. Bist doch dieser Coder von diesem Null-Hack-Client. Nee, bin ich nicht. Okay. Habe ich nicht wohl verwechselt mit Vertex-Code. Ah, Code. Ich krieg trotzdem beide Kills, weil ich die Hand benutze. Alles klar, Skip-Face ist einfach ein, Hacker. Wollen wir machen. Cool. Warum funktioniert Skip-Face eigentlich nicht? Äh, funktioniert doch. Nee, aber nicht in dem kleinen... Ach ja, es war irgendwas, was man in Souls-Sus speziell machen musste für Face und ich hab's vergessen. Ich glaub, Sneaken oder so. Hexer hat Aufnahme gestartet. Alles klar. Und in dem Sinne stinkt Moritz, weil der jetzt gewandt wird. Hex. Alles klar? Anyways, wir starten mit uns. Alles klar também? ама requirements? Hawai verz Jobs torch gaat gar guideline? Toks failing? Quest? さい Trop환?